Was ist eigentlich eine Smileline? Das ist eine Smileline. Eine Smileline bezeichnet einfach nur die Form des Frenchs. Es sollte so aussehen, dass der Nagel lächelt, deshalb heißt es auch Smileline. Sollte nicht zu abgehakt sein, sollte gleichmäßig sein und es sollten keine Hubbel in der Smileline sein. Wenn ihr das erste Mal French macht, empfehle ich euch das Ganze mit einem Dottingstick zu machen. Ist für Anfänger einfacher, weil ihr damit leichter in die Ecken kommt und damit eine schöne spitze zulaufende Smileline hinkriegt. Ansonsten gibt so Smileline eigentlich nicht viel zu erzählen, außer ich hoffe es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris. Bis zum nächsten Mal.